Dr. Watson, folgen Sie mir. Oh, Karl-Heinz hat ein neues Spielzeug. Was soll's, ich mach mit, Sherlock Holmes. Es riecht nach bitterem Mandeln. Klar, Mutti kocht mal wieder Arsen-Süppchen. Arsen! Nun notieren Sie das, Watson. Klar, Sherlock. Ich schreib's mit Hundepippi an die Tapete. Jetzt aber raus. Weiter. Immer wenn's interessant wird. Alter, Moment. Alter. Lock mal locker, ey. Mann, ist das ein bisschen übertrieben. Tja, unser Robert braucht dringend eine stummfreie Bude. Ob Privatanbieter, Immobilienprofi oder Suchender, bei Express-Immobilien kommen Sie schneller ans Ziel. Jetzt auch mit Videos. Schauen Sie doch auch mal im Internet auf express-immobilien.de Okay. Ciao. Musik. 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 Seid gut! Seid gut!